Da sind Kenner. Genau, in Krasnjarsk, in Sibirien, in Russland, um genauer zu sein. Ich war allerdings dreieinhalb Jahre alt, als ich mit meinen Eltern nach Deutschland ausgewandert bin. Ich war wirklich noch so klein und eigentlich kann ich mich an fast gar nichts mehr erinnern. Aber wissen Sie, an was ich mich sehr gut erinnern kann? Das sind die russischen Lieder, die mir meine Eltern immer vorgesungen haben. Ich bin in Sibirien, in Sibirien Ich bin in Sibirien, in Sibirien, in Sibirien Die Nachden, in Sibirien, in Sibirien, in Sibirien, in Sibirien Untertitelung des ZDF, 2020 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 La 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 la... So schön klingt es in meiner russischen Heimat. Spasiva. Ist euch auch so warm?